Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon, die gelbe Edition mit Fragoggi. So, wir sind hier in der Arena von Orania City. Wir hatten hier knappkampfhaft versucht, noch in den letzten paar Sekunden noch den Schalter hier zu finden, den wir betätigen müssen. Jedoch, äh, auffalllos. Blöd, wir müssen nochmal alles abklappern. Wie macht man das am klügsten? Oder am dümmsten? Hm, hier ist nichts bloß abklappern. Ja, ich brauche nicht zweimal drauf. Hier ist nichts bloß abklappern. Hier ist nichts bloß abklappern. Und hier auch nichts. Immer noch nicht bloß abklappern. Ebenso. Ich glaube, ich weiß was. Ich gehe kurz raus. Jetzt bitte rein. Und zu geht es nochmal nach oben. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier wohl auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Hey, hier ist ein Schalter. Ebenso. Ich werde ihn betätigen. Das Ersschloss wurde entriegelt. Wie war das der andere ist gegenüber? Nein, 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 nein. Dann war es daneben. Hier ist nichts bloß abklappern. Hier ist der Schalter. Ebenso. Ich werde ihn betätigen. Das Ersschloss wurde entriegelt. Und das heißt, hier muss es doch sein, oder? Nein. Was ist mein Fehler? Hier ist nichts bloß abklappern. Hier ist nichts bloß abklappern. Hier ist nichts bloß abklappern. Hey, hier ist der Schalter. Ich werde ihn betätigen. Das Ersschloss wurde entriegelt. Und das heißt, hier muss dann der zweite sein, oder? Wo ist das Zeug? Wo ist das? Wie macht man das? Hatte mir einen Tipp. Meshwob hat die... Doppelverregelte. Einen Tipp. Der zweite Schalter befindet sich direkt neben dem ersten. Oh, Mann. Direkt neben. Direkt neben. Bedeutet... Nein. 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 Ich habe jetzt nichts vor... Nein. Diese kompletten... Diese kompletten Let's Play-Folge nur an diesem blöden Schalter hier rumzustehen. Hier ist nichts bloß abklappern. Hier ist nichts bloß abklappern. Okay. Wie langweilig. Leute, ich könnte euch ja ein paar Witze erzählen oder so, aber... Das glaube ich nicht schlecht. Hier ist nichts bloß abklappern. Hier ist nichts bloß abklappern. Ich sollte das Ganze ernst gestalten, ja. Hier ist nichts bloß abklappern. Hier ist nichts bloß abklappern. Hier ist nichts bloß abklappern. Nichts. 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 Nein. 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 Oh. Das heißt... Er muss hier sein. Neben. Leute, ihr habt es geschafft. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in 5 Minuten gebacken kriege. Leute, wisst ihr was? Ich mache das jetzt zum Zweiteiler-Video, okay? Wunderbar. Offizielle Ankündigung. Haha. So. Pokémon haben wir. Tauborgan aus der Stelle. Das passt wunderbar. Okay. Tief durchatmen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Stell dich los an und willkommen in der Pokémon-Arena von Orania City. Was ist das? Eine halbe Portion als Herausforderung? Hahaha. Du hast ganz schön Mumm, mich zum Kampf herauszufordern. Du Wicht. Ein Pokémon-Kampf ist kein Zuckerschlecken, Junge. Du hast keine Wahl. Du musst aufgeben. So. Ich hoffe, ich bekomme das so hin, wie ich das geplant habe. Er hat nur ein Pokémon, das ein Raichu ist. Level 29. 28. 28. Los, Tauboga. Es ist ganz bestimmt nicht ein normales Raichu. Bitte. Nein, 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 nein. Ich habe das schlecht angestellt. Ich hätte es noch einschleifern sollen. Okay. Noch habe ich Chancen. Schlafpuder. Nicht gut. Schlafpuder. So. Jetzt machen wir... Taubsee. Heischu schläft. So. Manche können vielleicht meine Taktik jetzt erahnen. Weiter mit Sandwirbel. Die Neuigkeit sinkt. Schön. Weiter machen. So. Obwohl das Ganze jetzt ein Zweiteiler-Video wurde, muss ich das trotzdem versuchen. Schnell zu gestalten. Weiter mit Sandwirbel. Das ist leider aufgewacht. Wenn das Zweiteiler sein würde. Heischu. Wie die Neuigkeit sinkt. Wir taufen auch kurz unser Pokémon. Taubsee genug. Los, Meppo. Mega Kick. Boah. Attacke ging daneben. Wunderbar. Schlafpuder. Schlafpuder. Heischu mir das Teiler. Schluck fehl. Jawohl. Reitschus. Reitschus schläft. Weiter geht's. Mit. Taubsee. Reitschus aufgewacht. Mist. Nein. Boah. Nicht gut. Gar nicht gut. Der Tag ist sehr effektiv. Wurde besiegt.